Ich habe gestern übrigens mal angefangen, meine Videos zu monetarisieren. Oh, okay. War richtig Geld machen? Ja, keine Ahnung. Es geht vor allem, mir ging es vor allem darum, also diesen Prozess musste ich, das war gut, dass ich den abgeschlossen habe, monetarisieren. Ah, warte, ich kann mich selber machen. Oh, okay. War richtig Geld. So, also quasi das monetarisieren war eine Sache, die da rausgekommen ist, als ich diesen Prozess da abgeschlossen habe, aber auch das scheduled releasing quasi. Weil ich wollte nicht jeden Tag immer sagen, okay, diese Uhrzeit und so und dann kann ich halt einfach das einmal alles einstellen, wann das gepublished wird. Und dann habe ich auch so eine Konsistenz, dass es irgendwie immer abends um 18 Uhr ist oder so. Ja, stimmt. Was denn? Ja, gut. Meine Güte. Dreamtitel updaten. Das wird nicht ganz leicht gehen, die beiden. Ja. Stimmt, wir konnten ja jetzt die Schwierigkeit der Gegner wahrscheinlich... Nee, können wir nicht. Kannst du nicht ändern. Glaube ich. Okay. Aber es war ja auch zu einfach vorher. Jetzt haben wir halt eine Challenge. Was wolltest du sagen? Ja, ordentlich, stimmt. Ich will nochmal ganz kurz testen, was passiert, wenn ich die Qualität, also die Auflösung der Facecamera runtersetze. Auf 320 mal 240. Ich stelle einfach eine Video-Qualität runter. Hup, okay. Ich habe mein YouTube sogar mit meinem Twitter verbunden, das heißt, ich habe eingestellt, dass zwischendurch so ein paar Sachen auch auf Twitter angekündigt werden. Ich habe einen Tweet gemacht. Eigentlich ist der schon 20 Uhr durch. Zivla-Mapping, Part 1, genau. Okay. Könnte ich bei Gelinga vielleicht auch mal machen. Dann könnte er auch noch seinen Twitch mit Twitter verbinden, dann macht man immer einen Tweet, oder man kann immer einen Tweet machen, wenn man live geht. Okay. Oh, naja. Streaming-Apps. Ja, das hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. Aber egal, jetzt würde ich auch mal zocken. Okay, gut. Oh, start streaming, ne? Ja, start streaming. Okay. Okay. So sind wir also. Hä? 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 Was hä? Und wie? Hat... Ah, jetzt. Okay. Ähm, ja, Siedler hatte meine Tastatur gerade nicht. Okay. App an. Gebiet verloren. Hier ist ein General in dieser Wachstuhl. Pfff. Und der ist ein General in dieser Festung. Hä? 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 So, ich hoffe die Sachen... So, jetzt. Jetzt werden hier erstmal drei Generäle gegen drei Generäle kämpfen. Ach. Eieiei. Ich brauche mehr Soldaten. Ach, da kommt einer. Hängt sie alle um. Irgendwie sind die Forster hier eindeutig zu langsam. Ich hab'n Forster direkt neben meinem Holzfelder und der Holzfelder beschwert sich dauernd, dass er keine Bäume findet. Okay. Eins zu eins. Aber... Keine Ahnung, vielleicht dauert's einfach ein bisschen. Ja. Äh. Ein General von mir ist tot, einer von dem Gegner. Und noch einer von dem Gegner. Sehr schön. So, was sagt meine Holzproduktion? Ich hab' 63 Bretter. Auf einmal hab' ich 63 Bretter. Boah. Eine. Also meine Brettproduktion funktioniert. Interessant. Meine Brettproduktion funktioniert aber... Soldaten. Ich brauche Soldaten. Ich glaub' Essen hab' ich genug. Aber ich kann hier einfach nochmal mehr. Ich hab' ja jetzt genug... Ich hab' ja genug Werkzeuge und alles. Kann ich einfach mal hier noch mehr... Essen bauen. Ja, Essen bauen. Ja. Das ist genau richtig. So sagt man das. Ja. 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 Rohstoffe von Holz verlötet. Das ist ganz okay. Da sind jetzt zwei Generäle drinne, da sind auch zwei Generäle drinne. rein. Ja. Wir werden sehr hart mit Gold versorgt. Hart mit Gold versorgt. Ja. Ganz hart. hier unten eigentlich los warum ist hier ein stein muss ich hier noch mal einen stein mit steinbruch also noch mal mehr essen aber ich habe so viel essen in meinem lager 244 brote 159 schinken und 36 eigentlich könnte ja meine meine soldatenproduktion noch mal ein bisschen upgraden das gefühl hier oben gut aus einer soldatenproduktion scheint ganz gut zu laufen angegriffen ja da sollten sich aber die zähne ausweisen hoffentlich ich glaube ich muss noch mal ein paar schon wieder ein paar werkzeuge machen weil die hämmer sind einfach dauernd leer weil immer wenn ich irgendwas baue offensichtlich neue bauarbeiter gemacht werden keine ahnung und jetzt habe ich keinen hammer mehr für eine schmiede oder schmiede auch kein eisengießer mehr fischer sind noch da jäger schreiner doch zwei schmiede sind noch da aber kein eisengießer wovor bin ich das denn jetzt hier am besten das war nicht gut da wurde gleich mal ein wichtigste ach ja es ist daraus richtig daraus oder wir sind mit jetzt habe ich aber auch das andere holzfälle hütte bei 32 verteilung keine rohstoffe richt na ok jetzt wird das forsthaus lang ich meine bei mir war es eins zu eins und das war ein bisschen komisch aber jetzt wird es langsam das forsthaus sollte schon ein bisschen schneller sein ich habe halt einfach viel zu viele generäle so herr schlosser du darfst noch mal ein bisschen arbeiten wo bist du denn überhaupt legewerk schlosser schmelz bäcker schmiede herft brauerei bist du weicher legewerk schlosser da bist du habe ich eigentlich eisenüberschuss ne 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 habe ich nicht ah ich bin ja schon die festung habe wieder eingenommen mhm da habe ich viele gute männer verloren was 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 gut ach so die haben eine von meinen baten angriffen wo keiner drinnen war schweine sowas musst du aufpassen ja aber trotzdem alter ist es ja nicht in ordnung denn w w w w w w w w w Das war's. Ach, deswegen. Ich hab da vier Holz verletten und zwei Forsthäuser verletzen. Hier sind fünf Schinken an dieser Fahne. Okay, ich brauch dringend mehr. Ja, schön. Auch wieder Obert. Sollten wir uns mäßig auch... ... 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